Ja, wir haben ja jetzt so eine Art Challenge. Wie ist der Kylie? Hat eine 1 Watt Challenge ausgerufen. Wie viel Licht kann man mit einem Watt machen? Und da haben wir uns jetzt mal so Gedanken drum gemacht, hier Action for Free. Und meine Wenigkeit, wie wir denn alle gemeinsam zu denselben Werten kommen. Und ich weiß nicht, was haltet ihr davon, wenn man uns so einen, also jeder den selben Foto-Widerstand sich besorgt. Dann in so einen Joghurtbecher ist das hier. Und auf dem Deckel wird dann die Lampe oder die Lampen, je mehr ihr da habt, befestigt. Und mit dem Widerstandswert haben wir dann Referenzwert und können dann unsere Fähigkeiten wieder mal vergleichen. Ja, sagt uns unsere Meinung mal dazu.